Der vierte Datensatz, den wir vom Saarländischen Staatstheater hochladen, hat den Titel Zeitzeugen. Das sind zwei Gespräche mit Zeitzeugen, die in der Zeit des Nationalsozialismus ihre Kindheit und Jugend verbracht haben. Das ist einmal ein Herr, der auf den schönen Namen Richard Wagner hört. Richard Wagner stammt aus einer Familie, die sehr regimetreu war, also alles stramme Nazis. Dagegen ist die zweite Zeitzeugin, Carola Kleinbauer, ein Mensch, der in einer Familie aufgewachsen ist, der mehr dem Widerstand angehört hat. Diese zwei Datensätze stehen natürlich in Bezug zu dem dritten Datensatz, zu den historischen Aufnahmen. Untertitelung des ZDF, 2020